Heute habe ich nochmal ein Security-Quickie für euch. Das hau mit Snogs spinn durch, weil das ist wichtig. Dann kommen wir wieder zum Alltagsgeschäft. Aber Microsoft hat einfach dafür gesorgt, dass jetzt hier noch was zu bereden ist. Ich werde euch jetzt kurz erklären, was die Forscher gefunden haben. Dann kommt ihr wahrscheinlich selber drauf, was das Problem ist. Und dann reden wir darüber, warum manche Leute sagen, dass man Virenscanner am besten deinstallieren sollte. Was wurde gefunden? Gehen wir mal in den Originaltext. Also da geht es jetzt eben einfach um den Dienst, der in Windows 8, 8, 1, 10 Windows Server und so weiter am werkeln ist, um diese zu schützen. So, jetzt wird es interessant. On Workstations, attackers can access MP Engine by sending E-Mails to users. Reading the E-Mail or opening attachments is not necessary. Visiting links in a web browser, instant messaging and so on. This level of accessibility is possible, because MSMP ENG uses a Filesystem Mini-Filter to intercept and inspect all system filesystem activity. Was sagt er? Also da ist in dieser Malware Detection Engine, um die geht es ja, da ist irgendein kleines Programmchen am werkeln, dass die E-Mails, eure Browserei und eben Instant Messaging filtert, bevor es bei euch ankommt, damit ihr schön sicher seid. Super Idee, ne? Das Dumme ist eben, dass hier eine Software am werkeln ist, die jetzt wohl einen Fehler hat. Und jetzt müssten sich euch die letzten Haare eigentlich aufstellen in diesem Zusammenhang, denn was ist jetzt das Problem? Wenn das Ding einen Fehler hat und ihr bekommt eine dieser bösartigen E-Mails, braucht ihr diese E-Mail selber gar nicht gelesen zu haben. Die ist gerade in euer System reingetrudelt, ihr habt die überhaupt noch gar nicht wahrgenommen zum Beispiel. Und dieser nette Mensch, geschlechtsneutral, ich habe was dazugelernt, dieser nette Mensch, der das Ding programmiert hat, das war jetzt übrigens Sarkasmus mit dem netten Menschen, der hat jetzt euer System. Also er hat euch am Gesäß und wird euch in selbiges reintreten, wenn er Lust dazu hat. Hat das jetzt jeder verstanden? Ihr habt den Microsoft Sicherheitsdienst installiert und genau dieser Dienst ist euer Problem. Jetzt sagen viele, dass Viren Scanner euch zu deinstallieren sind. Ich habe euch früher immer gesagt, kommerzielle und auch früher Viren Scanner nicht von Microsoft installiere ich nicht, weil ich davon ausgehe, dass Microsoft ihr System einigermaßen kennt. Sie haben ein Interesse daran, dass das System einigermaßen läuft. Und sie werden schon einigermaßen Updates nachschicken, um euch von diesem Grundrauschen an Viren ein bisschen freizuhalten, in das man schon mal reinrutschen kann, wenn man von irgendeinem USB-Stick zum Beispiel in den Rechner steckt. Wobei, das sind noch ein paar andere Probleme, aber auf die gehe ich jetzt lieber nicht ein, weil sonst wird es wieder ein 20-Minuten-Video. Ich habe mich getäuscht. Zur Hälfte. Ich bleibe dabei, dass die Annahme, dass normale kommerzielle Viren Scanner sicherer wären als die von Microsoft und das nur über die Update-Intervalle zu definieren, inzwischen überholt ist. Microsoft hat jetzt ein Riesenproblem. Natürlich haben sie es gefixt, bla 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 bla. Da kommen wir aber mal zum Kern des Ganzen noch. Die meisten Viren Scanner arbeiten ja signaturbasierend. Bisher. Also sie müssen den Virus schon kennen. Das ist wie in der Impfung bei eurem Arzt. Ja, impfen hilft nur, wenn man schon so ungefähr weiß, wie der scheiß Virus aussieht. Deswegen verkaufen eben einige Hersteller euch Lösungen, die heuristisch erkennen sollen. Also Sachen erkennen sollen an ihrem Verhalten, was ein Virus sein könnte. Irgendwo muss jetzt ein Matrix decken. Die Menschheit ist dein Virus, Mr. Anderson. Nicht bloß die Menschheit. Wir haben jetzt aber bei diesen ganzen Ransomware-Geschichten gesehen, dass das nicht funktioniert. Ransomware ist ja dieser Mist, den ihr euch auf dem Rechner zieht. Der dann so ganz langsam im Hintergrund bösartig anfängt, euch die Dateien zu verschlüsseln. Ihr merkt aber während dem Prozess nicht, weil er euch die Entschlüsselung noch transparent, nennt man das, dazwischen gehängt hat. Irgendwann sagt er euch, so ich bin jetzt fertig mit dem Verschlüsseln. Jetzt bitte bezahl mich. Weil sonst nehme ich dir innerhalb von einigen Tagen eben diese Entschlüsselung weg. Und dann ist deine Banziplatte verwurschtelt. Da könnt ihr dann auch neu booten, Linux booten und Blubber, was immer so als tolle Ratschläge in den Foren kommt, wenn es richtig gemacht ist, dann sind die verschlüsselt. Die sind gut verschlüsselt. Natürlich hat er übrigens vorher den Schlüssel noch irgendwo hin zu seinem Command-and-Control-Server geschickt, damit, wenn ihr bezahlt, der auch das freischalten kann. Und der Witz ist, es funktioniert manchmal sogar, weil die nämlich echt eine gute Infrastruktur haben. Es gibt übrigens sogar eine Telefon-Hotline, wenn ihr den Scheiß nicht wieder zum Laufen kriegt. Bezahlt wird übrigens in Bitcoin, die haben eben ihr Bezahlsystem und ihr Kundensupport-System einigermaßen im Griff. Könnten böse Leute sagen. Zu unserem Problem zurück. Fefe, kennt ihr, wenn nicht, sucht mal nach Blog, Fefe, F-E-F-E und so weiter. Ja, das ist bloß Text, ist aber trotzdem lesenswert. Fefe sagte einmal vor nicht allzu langer Zeit, dass man sich mit einem Virenscanner Probleme einhandelt, die man ohne den Virenscanner gar nicht gehabt hätte. Das ist jetzt in meinen Worten. Denn, Beispiel, der Virenscanner sucht in eingehender E-Mail nach Word-Dokumenten, die gefährliche Makros enthalten. Das macht er total gut. Vielleicht. Jetzt hat diese Engine, wie jetzt in diesem Fall, vielleicht einen Fehler. Das ist jetzt rein hypothetisch. Und dieser Fehler, also diese Interpretation, diese Skripts, dass eben diese Virus-Engine schon durchführen muss, diese Interpretation führt dazu, dass eben, weil das jetzt hier, wie in dem Fall stand, nicht gesandboxt ist, dazu kommen wir mal an, wann anders, führt dann dazu, dass es eine Katastrophe auf eurem Rechner gibt. Und jetzt kommt der Witz, ihr habt vielleicht Microsoft Office gar nicht installiert gehabt. Das ist klasse, ne? Also, ihr habt euch Probleme eingefangen, die ihr sonst nicht gehabt hättet. Das ist jetzt saublöd. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was machst du denn? Kommen wir da irgendwann am besten an anders zu? Das ist jetzt ein super Cliffhanger. Aber wir müssen mit dem ganzen Security-Gedöns aufhören. Sagt mir mal, was ihr von solchen Kurzvideos haltet. Ihr könnt mir aber auch gerne einen Daumen nach oben gehen oder irgendetwas Nettes in die Kommentare schreiben. Ich verlinke euch jetzt noch ein paar Videos, die mit dem Thema zu tun haben. Welche nehmen wir denn am besten? Am besten das von letzter Woche. Das hängen wir mal da rein. Und dann das andere, wo mir jetzt der Name nicht mehr einfällt. Das ist aber scheißegal. Das hängen wir da oben rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend mit eurem neuen Albtraum. Bis zum nächsten Mal.